So, play like a legend. Ah, let's play like a legend. Welcome to the leaderboard. Ach, give up trotz! Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Holston TV, sagt euch der Opa Mario, der alte Sack. Der deutsche Argentinier. Oh, da umgedreht, so. Kann ich jetzt mal schießen? Der 12 hier in Summerland ist noch eine shorte Par 4. 442 Yards off the tips, aber es ist etwas zu langer. Und es ist nur eine kurze, 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 eine kurze. Es beginnt rund 150 Yards, und geht direkt über die Greenbrett. Und es scheint, um zu gehen, um die Sanctuary der Fairway. Oh, wir gehen jetzt wieder zu Wasser. Oh, da ist auch Wasser. Dann mach ich so. Ja, hab's aber nichts Wasser. Oh, schön. Wow. Cool. Das ist ja cool. Da hatte ich nicht mitgeredet. So weit hat er echt, hatte ich nicht gedacht. Schön. Ich bin bei einem anderen Computer neichen. Dann muss man da. Speziale, wenn es für die Karte ist. Da ist es klar. Dann geht's. Das ist das, die Rückträte zurück. Und damit geht's an 5. Und was wir hier schauen? Ja, er hat um rund 125 hier. Oh, klub von oben. Der Spanier ist auch da. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wenn der verrissen wird, dann wäre alles im Arsch. Es sieht aus, dass sie die Feuerwehr haben. Spring hoch da. Sehr gut. So, reicht. Reicht doch. Reicht doch. Oh, ist das unter so viel Gefälle? Ey, so viel Kraft hat man doch gar nicht. Ist das nicht traurig? Wie soll ich was der Weg sein? 21. 21. Warte, was setzen wieder? Es geht das Schützen wieder los. Oh ja, siehste. Schätzen. So, da vorne ist mein Pfeil zum Anzeigen und hier vorne ist mein Nix zum Gucken. Eins ist das. Sag ich jetzt eins. Zu viel. Oh. Cool. Mehr sag ich jetzt nicht dazu. Doch, danke. Danke. Oh nein. 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 Ist doch sehr emotional. Ist doch sehr emotional. O nein. Oh nein. Ich robotische Behörde. aud書 ganz einfach. Oh nein. Mein eigenen Kochen. Das ist ein Schuss hier in den 14. Er hat eine Chance für Verdi. Wir schauen uns an was Tony Finau ist. Er ist aktuell verabschiedet. Wir sehen uns was passiert hier. Das ist großartig. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss von 9. Das ist ein Schuss. Ja, gut. Okay. Und mit dem, er wird zu 8.5. Und mit dem, er wird es über 8.5. Und mit dem das alles fertig ist, sie stehen in der Top Sport auf der Leaderboard. Vorher von Lexi Thompson. Das ist wirklich gut. Das ist ein T-Shot, that one. Wie viele Schläger haben hier? Ach, Kinder, bitte, jetzt ist es doch... Ich sehe das nicht, was soll ich sagen? Dann gibt es noch ein Foto einblenden, nur ein Foto. Wenn ich den Schlag selber nicht... Das hat hier schon ein paar Mal gesagt. Das hat hier schon ein paar Mal gesagt. Oh! Oh, das ist ja... Tchö! Vorbei. Aber nicht so weit weg. Die ist lustig. Die ist aber lustig mit dem Spruch, ey. Siehste? Scheiße, ey. Ich wollte erst ranzümen. Und dann habe ich da... Ach, das ist ja weiß, das war... Mit links, ne? Jetzt habe ich... Jetzt habe ich zum verschenkten Birdie... Jetzt habe ich zum verschenkten Birdie... Und dann habe ich zum verschenkten... Und dann habe ich das auch... Und dann habe ich das auch... Oh je... Über das Wasser... Oh oh... Oh oh... Oh oh... So... So mache ich... So... 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 Oh oh... Das ist... Scheiß! Halt! Halt! Oh nein! Das wollte ich vermeiden! Das wollte ich doch vermeiden, ey. Das wollte ich doch vermeiden, ey. Okay. Halt! Halt bitte an! 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 Halt bitte an!